Papa Kalle und sagte, ich habe deinen Namen gesagt, er hat was gegen dich und so. Ich versuche Fitness zu machen. Was hat sie nochmal gesagt? Ich habe dir doch Video geschickt, du hast so Video gesehen. Ach, Kurt Igo ist kein Vorbild, hat sie gesagt? Ja. Bruder, lass sie, sie ist eine Frau, lass sie doch reden. Und da muss er nicht, bester Mann. Ich küsse mein Herz. Zitat Ende. Ich muss jetzt nach Schweiz. Wallahi. Ich muss jetzt Donnerstag losfahren. Ich gehe wegen dieser Sache 800.000. Was willst du in der Schweiz? Ich gehe diese Sache problemklären, diese 800.000. Ich habe mit ein paar stabilen Leuten auch geredet. Wir sind alle warten auf mich. Bruder, du kommst immer auf diese Zahl 800.000. Du kommst immer auf 800.000. Ich komme nicht auf 800.000. Das Auftrag ist 800.000. Ach so, was für ein Auftrag? Ich muss jetzt zwischen einem Schweizer, einem Ausländer, einem Gehre machen. Der Ausländer hat den Mann 800.000 abgezogen. Was heißt Ausländer? Hat den abgezogen, hat sein Geld genommen und abgezogen. Und der Schweizer sagt zu mir, ich buchte. Aber der Schweizer ist hier auch ein Ausländer, weil er Schweizer ist. Nein, 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 ein richtiger Schweizer. Ja, und der andere ist was? Ausländer. Was heißt Ausländer? Ausländer, ja, aus Asien kommen. Aus Asien? Ja. Okay. Und wie, was passiert? Weil die in Schweizer nicht klären können, ich muss da hingehen und das klären. Und wie willst du das klären? Wenn ich da bin. Aber ganz ehrlich, zeig mal, wie du sowas klärst. Ich will das live sehen jetzt. Sag mal, wenn ich da bin, ich rufe dich an. Und ich werde, du wirst dabei sein, wie ich das kläre. Es ist wie letztes Mal mit diesem Mantel, wo du sagst, was ist ja mein Erjek. Oh Allah, ich gehe da hin. Jetzt sofort kommt das Geld. Ich höre es beide Seiten. Ich bringe die beiden auf den Tisch. Ich rede mit denen und ich rede mit denen. Und dann bringe ich die beide auf den Tisch. Richtig. In 24 Stunden ist das Geld da. Aber du gehst wieso so nicht? Du bleibst bei mir. Bis das Geld nicht kommt, du gehst nicht. Du bleibst hier. Zitat, Alter. Also der Typ bleibt bei dir so lange, bis das Geld da ist. Ja. Und was, wenn er nicht geben will? Er sagt, ich gebe nicht. Was willst du machen? Ich kriege einen Stil. Nee, ehrlich jetzt. Was willst du machen? Ich kriege einen Stil. Was er ein Mann ist. Bruder. Ebo, ich glaube, da hast du zu viele Stirne gegessen. Ich will dir was sagen, mein Bruder. Ja. Weißt du, was mein Lieblingsessen ist? Was denn? Willst du sehen? Ja. Warte. Wie ist es jetzt hier? Bruder, du bist einfach Texas. Du bist Texas Holden. Ladi. Aber, Ibu, warum holst du keinen Cowboy-Hut, Cowboy? Ich esse ... Was ist das, Fischköpfe? Köpfe. Köpfe? Lammköpfe. Schreib mal. Ich esse irrigieren, das gibt mir Kraft. Lammköpfe? Ja. Bruder, ich gebe dir einen Rat. Es ist so viel Gehirn, wie du nur kannst. Warum? Bruder, möge Allah dir ein bisschen mehr Gehirn geben. Allah. Von Gehirn liegt noch nie genug. Weißt du, was dein Problem ist? Ja, Bruder. Du unterschätzt mich ehrlich sehr. Nein, nein, ich unterschätze dich nicht. Wallah, du unterschätzt mich. Du verwechselst mich mit diesem ganzen TikTok. Ibu. So, eins musst du dir hinter die Ohren schreiben. Unter mein Ohr, diese Worte. Hör mal. Hinter dein Ohr, nicht unter, hinter dein Ohr schreiben. Bitte. Ich, Yasser, unterschätze niemand. Zitat Ende. Wenn du jemanden unterschätzt, bist du nicht richtig bereit. Dankeschön. Klein, groß, dick, dünn, lang, kurz. Unterschätzt. Ja. Niemals. Unterschätzt niemand. Aber du, Bruder, bei dir ist, Vladi, danke. Bei dir ist was anderes. Du bist Klamass von Europa. Ich sag dir nur eins. Mach nur so. Mein, 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 mein Dings ist, ich lache nur. Nur darüber lache ich mehr nicht. Wallah, ich lache. Wenn ich die Menschen sehe, wenn ich sie sehe, wie viele die wiegen. Guck mal, bei uns gibt ein Zitat. Ich hab Menschen gesehen, der hat keinen Klamotten an. Ich hab Klamotten gesehen, da drin sind keine Menschen. Zitat Ende. Wow, Ockmann, von wo hast du jetzt dieses Zitat geholt? Ah? Ich will mich freuen. Von wo hast du jetzt dieses Zitat geholt? Bitte? Guck mal, du kannst Klamotten anziehen. Die teuerste. Die beste. Aber da drin der Schachs kein Mann ist. Kein Mensch ist. Was willst du mit diesen Klamotten? Jeder soll klatschen zu Ivo. Der war stark. Der war gut, Bruder. Dieser Zitat ist wegen dir rausgekommen. Jetzt gerade. Ich schwöre dir, der... Ich muss noch mal klatschen. Willst du diese Dings hören? Welche? Du magst diesen Mann. Machst den Kirmesugel. Ja. Und das bedeutet? Das bedeutet, ich habe Menschen gesehen, die keine Klamotten anhaben. Klamotten habe ich gesehen, da drin waren keine Menschen. Zitat Ende. Er hat Menschen gesehen, die keine Klamotten anhaben, aber die waren Menschen. Sie sind Menschen. Und Menschen, die Klamotten anhaben, das sind keine Menschen. Das war Zitat Ende. Das war Zitat Ende. Das war Zitat Ende. Bruder, Wallah Deutschland liebt. Einfach. Einfach Kürtipo und Yasir Abu Schakr. Bruder Deutschland liebt. Egal wer was sagt. Richtig. Richtig. Ja. Bei mir klatschen alle gerade. Respekt. Bruder, jeder soll Rose schicken jetzt. Zitat Ende. Leute, mal drei, mal drei, mal drei. Leute, wir haben vier Wins. Leute, mal drei. Ja. Vladi, Bruder, danke dir. Vladi, du bist Level 30 geworden. 61. Danke. Leute, mal drei, mal drei, mal drei. Das ist... Pablo. Zitat Ende. Aleikum Salaam. Ey, Wallah, ihr denkt auch, jede... Jede Vögelin soll euch da rauskommen. Wallah, die Bilder sind langgeil. Aber Ibo, meinst du, du hast nicht ein bisschen Schlafentzug? Hab ich. Hast du schon. Hundertprozent. Ich wusste was. Du musst ein bisschen, äh... Ja, Bruder, du musst ein bisschen... Leute, mal drei. Ah. Bruder, du wirst verlieren, du wirst verlieren. Guck mal hin. Danke, Lenny, vielen Dank. An alle, hey, Kurdo, TikTok. An allen Bruder, die gerade drin sind. Ihr seid Ehren, Männer. Salamu alaikum, alaikum salam. Neue Zitat. Ihr seid, nicht, ihr seid hungrig, ja? Ihr wollt immer neue Zitat. Oh. Wer hat den Bus... René, danke dir, Bruder. Leute, mal fünf, mal fünf, mal fünf. Halas, wenn wir gegen Yasser gewinnen, ich werde euch neue Zitat sagen. Zitat Ende. Ja, Lulu, danke dir, Bruder. Alles so. Was denn? Hey, Yasser, hast du heute geguckt? Was denn, Bruder? Ja, Lulu, vielen Dank. Leute, mal fünf. Oh. Ding. Wann gehst du schlafen, Yasser? Immer drei Uhr, ja? Bruder, ich geh in zehn Minuten schlafen. Wunder. Yasser. Ja, mit dir machen wir Abschluss, Ernie. Ja, ich hab Hähnchen gegessen. Ich hab gerade ganze Hähnchen gegessen. Ich bin müde geworden, jo. Ja, wo ich gestern hätte. Bruder, lass uns nicht verlieren. Wenn wir gewinnen, ein Zitat kommt raus. Zitat Ende. Ein neues Zitat sag ich euch. Ich hab meine viele Zitaten. Wallah. Oh, Spätkauf Berlin. Salam alaikum. Spätkauf. Spätkauf lebt auch noch. Boah, den hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Spätkauf Berlin 2.0. Jalla, jetzt. Ich erwarte jetzt. Du hast den Zitat der Zitaten gebrochen. Anonym. Danke dir. Regina, danke. Peau! 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 Kein Zitat. Zitat Ende. Regi, danke. René, danke. Das ist auch ein Zitat. Regi, danke. 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 61. Assadi. In dieser Dünya. Wenn du einen Esel vergoldet, ein Esel bleibt ein Esel. Zitat Ende. Ja, aber dann ist er ein vergoldeter Esel. Aber Esel. Spielt keine Ohren. Ja, aber vergoldete. Ist mehr wert als normale Esel. 100 Prozent. Nur ein Esel hat so einen Wert. Ein Esel arbeitet ja auch. Ja, ey, ey. Esel haben mehr Wert als viele manche Menschen. 100 Prozent. Ja. 100 Prozent. Esel laufen. Esel tragen. Esel. Manche Menschen sind für nichts zu gebrauchen. Guck mal. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Und eine Skampin. Skampan oder Skampin. Wie heißt das? Skampion. 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 Er sagt zu den Schildkröte, kannst du mich rüber von einem See zur anderen See bringen? Ja. Er sagt, ich vertraue dir nicht. Er sagt, warum? Er sagt, wenn ich dich rüberbringe, du wirst mich stechen. Er sagt, nein, ich verspreche dir. Okay. Einem Mann ein Wort. Er sagt, okay. Er sagt, okay. Er bringt den Rüppach und der ist am Quälen. Soll ich, soll ich nicht. Soll ich, soll ich nicht. Soll ich, soll ich nicht. Und dann, genau wo der aussteigt, stecht den. Er sagt, was habe ich dir gesagt? Eines Skampienkröte. Er sagt, er hat ein Nefs, er kann nicht. Er muss stechen. Das ist seine Arbeit. Das ist seine Dünya. Zitat. Es ist wie eine Schlange. Ja, nein. Ein Mensch ist auch so ungefähr. Der Mensch hat diesen Dreck in seinem drin. Wenn er das nicht macht. Aber Ivo. Ja. Nicht jeder Mensch. Wollah. Nein, nein, das gibt es nicht. Milone, Milade. Es gibt viele Menschen, die sind unbezahlbar. Es gibt Menschen, die stehen auf extra. Leute, macht die Rosen von, Leute. Zwölf Rosen, Leute. Leute, macht die Rosen von, Leute. Die Rosen, die Rosen, die Rosen, die Rosen, die Rosen, die Rosen. Leute, wir haben fünf Wins. Okay. Also, brauche niemals eine Schlange. Guck mal, siehst du, was meine ich? Ich habe gesagt, 800 Leute. Ja, nein. Ist das so schwer, zehn Rosen hier reinzuschieben? Junior, danke. Diese zehn Rosen sollen bei 800 Leute reingehen. Zitat. Wollahi Billah. Aber wenn ich jetzt jemanden erniedrige, beleidige, das mache, ihr würdet euch freuen. Aber bei Leuten reingehen ist gut. Das ist eine gute Sache. Ich mache Spaß. Ich nehme zurück. Wollahi, ich nehme zurück. Ich mache Spaß. Bruder, egal was ihr macht, ich liebe euch. Leute, mal zwei, mal zwei, Leute. Bruder, ey, gerade. Alle lachen sich kaputt. Oh nein. Bruder, 850 Leute sind hier. Leute, mal zwei, unsere Wins. Bruder, das ist auch Arbeit. Ich muss anziehen. Ich muss mein Hand bügeln. Ich muss Friseur gehen. Ich muss mich vorbereiten. Oder, Bruder, das ist einfach alles Hack. Und ich verdiene nicht zehn Rosen, ihr Maniacs. Von den Wein oder Erhaber. Das macht einfach alles. Oh nein. Ich wollte den gen haulen lassen. Du jetzt in tying dieses Weißen sein. Das macht was in einem Lenkmal her. Das machen wir Sie frei sein. Wo mach ich falsch, joh? Ja, erklär mir mal, wo mach ich falsch, dass die Leute mir hier nicht was kennen? Ich schwöre dir, allein der Mantel reicht. Der Mantel reicht schon. 100 Prozent. Ich bin deiner Meinung. Bist du nicht meiner Meinung? Doch, ich bin deiner Meinung. Der weiß doch nicht mal, wie man abtastet. Er weiß doch nicht mal, Wallah, ich versteh das nicht. Ich scheiß auf die Leute, ja? Wallah, ja? Ich bekomme euer Leben, ja? Und dann sag ich mir, Kürtübe, warum kommst du nicht live? Ich schwöre dir. Ich hab heute bei den ganzen Tert rausgeholt. Zitat. Ich schwöre dir, Bruder, nicht falsch verstehen. Um diese Uhrzeit gehen Zellen. Die Zellen gehen runter und die Hormone gehen hoch, das ist normal. Keiner soll mich annehmen. Zitat Ende. Normal, normal, normal. Alle schicken Herzen. Wenn wir, Ibo, seine Hormone sind runter hoch, das ist wie, als wenn er seine Tage hat. Das ist normal. Oh, Allah, es macht Spaß. Es macht Spaß. Und, Ibo, ich weiß, wie hast du Zehn-Wund-Dusch-Fall jetzt? Ich wollte gerade dein Haack nehmen, wenn ich Strafe gebe. Wer? Hm? Ich küsse dein Herzen. Bruder, auf jeden Fall, wir machen jetzt gleich Feierabend. Evo, Mann. Ach, ach, Evo, ach. Evo, Mann. Evo, warte. Wir machen die letzte Runde und dann gehe ich offline. Ich gehe auch offline. Reicht. letzte runde ja jetzt wir müssen damit eine strafe okay was 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 machst du was machen eine strafe sagt sagt olivenöl trinken mach machst du ja gesagt wir machen das sind 800 leuten sehen dass er mit olivenöl weil er lieb durchfall deswegen dass er wieder durchfällt lenny lenny du hast ein booster leute tut mir bitte eingefallen ja leute alle zusammen leute kommt schon lasst lasst immer verlieren oder alles leute wo seid ihr was immer dass er wieder durchfall kriegen wo habe ich nicht erzählt was passiert ist mit mir was heute morgen um 6 uhr ich stehe auf ich gehe gegenüber ist beckerei peter ich habe so hunger gab oder ich bin beckerei peter gang ich habe so ein durst ich habe ein kakao genommen bruder ich habe so durch konnte nicht warten fünf leute waren in schlange oder ich bin am trinken die frau hinter die kasse sagt zu mir sie können nicht einfach einfach hier entnehmen und trinken ich meinte was sie können das nicht wissen sie wer ich bin also interessiert mich nicht geben sie mir die flasche ich gebe mir die flasche gehen sie raus von ihr genauso ich meinte immer zu lassen mich nicht hinter die tege kommen ich reiß den kopf an bruder wir alle deutschen auf einmal polizei 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 ich bin sofort los SEO Leute die Rosen! Bruder ich hab nicht nach hinten geguckt. Bruder ich hab eine deutsche Frau angegriffen, alle Deutschen haben mich angegriffen. Sau so billai wallah, Deutschland haben auch Eier gekriegt. Zitat Ende. Deutsche haben auch Eier jetzt. Äh Lenny macht den Booster in die mal zwei Lenny! Leute alle zusammen mal zwei mal zwei mal zwei. Lassen wir ihn Öl trinken Leute. Alles mal fünf Leute kommt. Snipe, 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 Snipe. Leute alles mal fünf. Leute 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 wo seid ihr? Lasst mich nicht hängen. Leute wo seid ihr? Leute Leute Leute. 1500 Mann. Lenny ich küsse doch dein Herz. Leute zusammen 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 zusammen. Komm mal Leute wir haben einen Booster. Ey ne oder? Lenny ich küsse dein wunderschönes Herz. Leute Leute wenn jemand einen Booster hat letzte 30 Sekunden noch mal rein. Bruder hat ihr Lust heute morgen früh um 6 Uhr gehen wir wieder dahin. Wir kennen sie aber mit live gehe ich diese mal. Und wenn die Frauen mich sehen. Guck mal was die machen. Ich rufe sofort die Polizei an. Ich nehme noch mal ein Kakao und ich trinke noch mal vor meinen Augen. Ich mach das vielleicht das gleiche. Ein Mann ein Wort heute. Heute morgen. In zweieinhalb Stunden. Wir gehen dahin. Ich nehme noch mal eine Dings und ich trinke. Ich gehe diesmal mit Angst so. Gucken wir was passiert. Ich glaube sie erkennt dich nicht wieder mit Angst. Entschuldigung. Aber mit Brille. 6 Uhr morgens mit Brille. Guck mal. Guck mal. Wir bleiben live. Okay. Bruder was macht ihr da? Ich hab gerade ja so ein Mussel trinken. Zitat Ende. Niemals. Leute wer hat noch einen. Wenn ich verliere ich gehe raus. Tito. Geh sofort. Leute. Äh. Letzte 30 Sekunden. Macht bitte einen Booster rein. In den letzten 30 Sekunden. Booster. Wenn der Booster raus ist. Leute. Das ist die letzte Runde. Kommt schon. Wir lassen Ebu schön Öl trinken. Ich bin aus Diyarbakir. Aus Dije. Ich bin aus Diyarbakir. Bruder. Alles zusammen habe ich gesagt. Wir sind gerade. Mehr sind wir. Alles zusammen. Wenn ihr ein bisschen Kater von Kürtübo hat. Zitat Ende. Lass ihn morgen Duschwall kriegen. Er liebt Duschwall. Zitat Ende. Alles zusammen. Oh Burak. Salam Aleikum Burak. Bruder weiter weiter weiter. Bruder. Auf wem wartet ihr? So jetzt. Letzte Minuten läuft. Heiß Bruder. Salam Aleikum Kais. Wie geht's dir? Bruder. Haben wir Bux angeschlossen? Wo warst du? Na ich krieg's gar nicht. Alles zusammen. Alles zusammen. Bruder lach nicht. Lass Jassel trinken. Leute mal fünf. Leute zusammen. Leute mal fünf. Mal fünf. Mal fünf. Leute mal fünf. Mal fünf. Come on. Leoni danke dir. Leute mal fünf. Lenny danke. Leute mal fünf. Leute mal fünf. Snipe. Wolfs Immobilie. Leonardo danke. Leute mal fünf. Mal fünf. Mal fünf. Mal fünf. Leute. Lenny. Oh. Burak Leute. Wollah. Ey. Ist das einer der haltet ab. Ey. Ich glaub. Wallah. Ich glaub das gerade nicht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wollah. Ich glaub das gerade nicht. Der ist abgehauen. Der ist raus. Also komm. Ibu. Zeig mir die Leute. Wallah meine. 800 Leute. Mascara Leute. Zeig dir mal. Zeig dir mal. Okay. Zeig mir die. An. 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 195. Anz. Sie sind ganzen Leute. Wallah ihr seid ihren Männer. Bei mir sind nur Schür Kah buckelt. Wir alle cha pate sind nur bei mir. Bei mir Orange. Eine Sache. Einen schönen Abend. Ihr seid Löwen. Bleibt so wie ihr seid. Ich Klambus und Europa. Lieber meine Mutter mehr mit euremта, solle. Zitat Ende. Zitat Ende. Da war mingu. Alles妈. Hier oben. Um pardon. Leute, Leute, das ist, das ist, das ist, das ist Comedy Pole heute, Wallah, hier, wo ist der?